Okay. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's doch mal hier los! Oh, die ganze Zeit, Mann, ey! Geil, hier war ein gedrocken. Okay. Äh, ach so, das ist... Das ist, äh... Wie heißt denn? Das ist... Werden hier angezeigt, die Gegner, das ist das denn? Boah! Geil! Geil! Läuft bei mir, duuude! Läuft bei mir, duuude! Hallo, ist hier einer? Nein, Entschuldigung! Uuuuund da! Alter! Boah, nimm die doch mal weg da! Sei denn mehr feierlich hier! Wuhuup! Ja, genau! Hihihi! Hallo? Alter, muss ich mich alles selbst machen, oder was? Okay! Okay! Ich geb mich geschlagen, ist ja alles gut, ey! Ist ja in Ordnung! Äh! Geht's noch? Boah! Wo sind denn die überhaupt alle, hä? Ich verstand sie denn jetzt hier so? Und, äh... Claire ist halt überhaupt nicht! Hahaha! Am besten! Wuhuuu! Sehr gut! Uuuh! Wie hab ich den jetzt... Oh, ey, weißt du! M-mm. Hhh, wie hab ich denn den jetzt... V-m-mm. 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 V-m. halt richtig Dauershot behinderter bin ich richtiger homofürst hey Benzi hey Finlay hey neun zuschauer herzlich willkommen meine lieben Freunde hallo schön dass ihr am Start seid das ist ja ein Friend na komm Oh! Fällst du auch mal um? Echt? Das kann ja wohl jetzt nicht sein, oder? Nein! Guess! Schön in den Rücken gemessert! Alte, das ist live! Es läuft außerdem aber gar nicht auf meinem PC. Da habe ich einen zu schlechten PC für. Ach nee, das ist ein Freund. Ein Sniper, da habe ich natürlich keine Ahnung. Oh, ey. Das stelle ich mir bei ihm sehr lustig vor. Was altes live. Bam! Matchball, Junge! Jawohl, Alter! Ich zeig dir hier, wer der Pabby ist. Was? Na, okay. Du hast mir gezeigt. Ich gebe es dir ja zu, ey. War nicht schlecht. Was? Ja! 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 Das ist ein Spaß gemacht jetzt zum Schluss. 16, 16 habe ich. Lake, Lake. Ach, keine Ahnung. Mach das unter euch aus. Ich hole mir mal ein Bierchen. Wäre cool, wenn ihr mal ein paar Leute zum Stream holen würdet. Teh, das. Wäre cool. Teh, das noch nie. Na, lingüströ, duh, duh! da da So, Momento, Momento, Momento. So, Momento ist Teil, ja mal. So, und nochmal, so, alles klaro, bin wieder da, ich bin immer wieder da, oder wo, keine Angst. Juge! Ui, 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 hat mir aber ordentlich ins Gesicht gegeben. Ui, 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 ui. Nein, von überall, hinten, vorne, links, rechts. Das ist aber auch ein Schatz. So, komm, ziele jetzt einfach nur auf die Gesichter. Sonst mach ich gar nütz. Okay. Ich lass es. Ziel einfach nur noch in den Himmel. Ha, klar, Mann, ey. Okay. Okay. Das war's. Ich kann es halt nur mit dem Messer. Aber... Ja. 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 Ohne Scheiß. Kein Preis. So. Dann hab ich dich. Ja, das kann doch nicht sein, dass ich hier alles gut falle. Scheißdreck. Scheißdreck, ey. Ach, komm. Hallo? Hallo? Das kann doch... Du musst mal mit treffen. Naja, gleich. Treffen ja, das kann ja jeder. Fuck, man! Das ist doch... Das ist doch echt verhext. Habt ihr gesehen, wie ich eigentlich in die Köpfe reinkreif? Jawoll! Geh doch! Ach! Nee! So nicht! Für mich hier in dem Busch Na komm! Nicht mit mir, mein Friend! Jo, da war Glück! Ach! Leck mich doch! Nee, who like a boss, man! Fuck, man! Das ist gestor, man! Hey, 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 hey! Schwing! Hat die Goldmesserstufe erreicht! Wie geht das denn? Ey, wie oft hab ich denn den getroffen, ne? Das kann man ja wohl gar nicht mehr erzählen, ey! Wie oft war das? Wie oft war das? Wie oft war das? Okay, da stand ich ein bisschen scheiße, ey! So mittendrin! Ja, komm! Boom! Ich treffe hier überhaupt nichts mehr, man! Ich treffe hier! Ich treffe hier! Das ist so, wie es ist! Und dass... Ich treffe hier! Ich treffe hier! Ja, Mann, so läuft das. Das bricht jetzt schon wieder. Das bricht diese fette Teile, ey. Was? Das ist ungemäht. Ja, einfach mal umgucken, ey. Nee, dieses fette Teile, das ist irgendwie... Kann man da überhaupt treffen mit? Oh, ne, das ist die Finkflüte, ne? Guck mal! Hab ich überhaupt getroffen? Nee, ne? Guck mal! Ach, ja! ist hier Emiya am Start, Emiya, 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 sehe ich jetzt nicht. Einladen, so, ups, jetzt habe ich irgendwas gewählt. Bot, 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 Botee. Junge, Game of Crash, moin, oh yeah, eh, ich hab überhaupt jetzt was getroffen, ne, ich war das gar nicht, oder, ne, ich war ne Frechheit, also, was willst du, einfach mal, einfach mal Dauerfeuer da drauf, ey. Ey, nur hätt mal den Kill krieg ich. Oh, ey, ohne Scheiß, gell? Ich kann keinen killen Meine Waffe macht einfach keinen Schaden Glaube ich Da muss irgendjemandem was sein Also muss Das ist doch nett mehr Das geht doch nett Ey wenn ich mal kurz vorm killen bin Was war das? Ach Whatsapp Jawoll Ich hab meinen ersten kill ey So jetzt Jetzt läuft's Bei euch Okay Gleich Gleich läuft's Komm hüpft Hm Hatte Angst Jawoll Jawoll Noch einen Nein Ja aber schon mal so zwei Stück oder so Pro Runde Ups Okay 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 Bis meiner abschießt da Da lieg ich halt schon Ja Fick dich Fick nah Fick nah Ich mach jetzt mal mit Feuer Brr Brrram Brrram Ja He 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 Neig mit mä purpose Na komm Wie kommt der denn auf einmal hinter mich? Ist ja wohl nicht nö Jawohl das war ich ey Ne das war ich nicht Geht doch Was hab ich denn jetzt? Ich hab ja gar nicht gesehen was ich für ne Wache hab Und da oben Schwing Kann man denn die Goldmesserstufe erreichen? Was ist das überhaupt? Abgeriebt Scheibe Schieberieb Abgerieb Abgerieb Komm Das Gefühl dass ich gleich sterbe Hallo Boah war ich das? Ne doch Alter jetzt läufts Oh oh Nachladen ist scheiße bei dem Ding Terrorists Jawoll das bin ich Guck mal ich hab mich noch ins positive geballert Ah Am I in? Ich bin Ich bin Vielen Dank.